Salah! Er wird gefeiert, geliebt und verehrt. Natürlich ist die Rede von Liverpool-Star, Premier League-Torschützenkönig und Afrikas Fußballer des Jahres, Mohamed Salah. Bild war vor Ort in Ägypten, auf den Spuren Salahs. Wir sind hier in Nagrik, das dürft ihr euch im ersten Moment vielleicht nicht sagen. Das ist der Heimatort von Mohamed Salah. Ungefähr zwei bis drei Stunden mit dem Auto, wenn man gut durchkommt, nördlich von Kairo. Ich kann euch sagen, das war eine Ochsentour. Und hinter mir sieht man jetzt tatsächlich das Zuhause hier, ist Mohamed Salah aufgewachsen. Im dritten Stock dieses dreistöckigen Hauses, also ganz oben. Und hier wohnt auch heute noch ein Teil seiner Familie. Wir haben gerade mit seinem Cousin gesprochen, der hat gerade erzählt, dass er im Juni dann, wenn die Saison dann vorbei ist, endlich wieder zurück nach Nagrik kommen wird und dann hoffentlich auch den Champions-League-Titel mitbringen wird. Natürlich ist er mein Vater, wie mein Sohn. Ich bin sehr glücklich mit ihm. Er ist eine sehr gute Person und er verdient, was er bekommen hat. Jetzt gehen wir auf den ersten Fußballplatz, auf dem Mohamed Salah jemals Fußball gespielt hat, als er wirklich sehr, sehr jung war. Und das ist alles andere als ein Hochklasse-Rasenplatz, hochklassiger Rasenplatz, nein. Ihr werdet gleich sehen, da geht es ein bisschen anders zur Sache. Schon der Weg dorthin ist recht abenteuerlich. Hier haben wir jetzt den Platz, auf dem die Salahs von morgen spielen. Er war sehr schrecklich. Er war fast schräg. Er war sehr schräg, ja. Er war sehr schädig über den Spiel, weil er nicht lebt, was er ist. Er ist nicht lebt. Er war nicht schlecht. Er hat er gezwungen, dass der Spiel nicht sehr wichtig ist. Und wir haben ein Zukunft. Und er hat seine Erinnerung geflogen, und er wird besser und besser geworden. Wir sind in Kairo auf dem Gelände von den Arab Contractors, der Club heißt Mukavlun und hier hat Mohamed Salah den nächsten großen Schritt in seiner Karriere gemacht. Zu meiner rechten Seite und eurer Linken haben wir den Trainingsplatz auf dem er trainiert hat, dahinter das Stadion des Clubs, es ist ein großer für Talente bekannten Verein, Talenteförderer, hat auch Salah gefördert und es hat vor allen Dingen auch, der Club hat vor allen Dingen auch Salah hier übernachten lassen, wie auch einige andere Spieler. Zu eurer rechten Seite ist nämlich das Spielerhotel und von dort hatte man einen perfekten Blick aufs Stadion, wo man dann am Ende die Tore von Salah gesehen hat. Sirene Untertitelung des ZDF für funk, 2017